Wow! Unglaublich! Verlorene Regenschirme, verlorene Flip-Flops, verlorene Schlüssel, verlorene Fernbedienungen! Super! Ein ganzer Karton voller cooler Jungs-Sonnenbrillen! Na, SpongeBob, da musst du Augen machen! Nein, keine Fotos, bitte! Haben Sie meine Schokoladenseite? Was für ein lustiges Echo! Hey! Hier gibt's Nippels! Schnickschnack! Ob's hier vielleicht auch Krimskrams gibt? Krimskrams! Verlorene Kuriositäten! Wow! Verlorene Kuriositäten, toll! Oh! Ja! Schwertygum! Ta-da! Ha! Ah! Oh, danke, beckenschlagende Meer-Schimpansen! Was ist das denn? Sieht aus wie Bikini Bottom! Oh, wow! Seid ihr, die Kleider passen nicht mehr, Leute? Nein! Wir waren Kinder, die in der Krossenkrabbe vor über 60 Jahren verloren gegangen sind! Und wir sind nie abgeholt worden! Wart ihr das mit diesem Karton? Natürlich, so sagen wir Hallo. Ah, hallo. Hallo. Oh nein, ich bin jetzt wohl auch verloren. Keine Angst, wir haben dich ja gefunden. Du kannst jetzt bei uns leben. Wie habt ihr denn hier unten all die Jahre überlebt? Ach, die Leute lassen so viele Sachen liegen, so wie Kaugummi und Pfefferminz. Jede Menge Pfefferminz. Dein Atem ist jedenfalls unheimlich frisch. Bring das Willkommensfest mal heran. Das Willkommensfest mal. Haut rein. Hey, kleines Püppchen. Du hast doch bestimmt auch Hunger. Ja, genau. Das ist der Teddyfisch. Mein Boss hat gesagt, den soll ich holen. Danke. Was? Nichts da. Den hab ich gefunden. Und wer was findet, darf's behalten. Wer was findet, darf's behalten. Wer was findet, darf's behalten. Und wer's verliert, ist angeschmiert. Der Gelbe richtet unsere Geheimworte gegen uns. Und das ist mein Teddyfisch. Los auf ihn. Tut mir leid, aber er muss zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurück. Rennt wie der Wind. Schwachschwamm. Ich meine SpongeBob. Unglaublich, dass der alte Krabs diesen ganzen Kram aufgehoben hat. Uh, Kesus. Ach ja, ich hatte auch ein Kesu, als ich noch ein Kind war. Alle waren begeistert. Hier drin sind Klarinetten. Das sind sogar alles meine Klarinetten. Moment mal. Die hab ich nicht verloren. Die lagen allesamt in meinem Spind. Äh. Hä, was kann denn das nun? Äh. Äh. Typisch. Taddeus. SpongeBob. Es ist der Fluch der verlorenen Fundsachen. Nichts wird jemals gefunden. Alles bleibt auf immer verloren. Gut, zurück an die Arbeit.